Die AfD ist voll okay und die Frauke find ich süß. Ironie aus. Okay, dann nochmal von vorn. Du olle Pratze, dich wählt jede Klatze von Freital bis Heidenau. Ne Nazi-Vokabel findst du respektabel, du Brandstifter wie der Frau. Nur in Deutschland wird Volk und Völkisch beides schon mit einer negativen Konnotation benutzt von vielen. Und das halte ich für falsch. Dazu sag ich nur. Hetzilein, schleimst dich bei deinen Rechten ein. Willst halt nicht so alleine sein, wie das Männchen vom Alpha-Verein. Wer Frauke zustimmt und Völkisch gut findet, der hebt jetzt mal die Hand. Tabubruch ist geil, na dann Petri Heil beim Fischen am rechten Rand. Du bist einfach ein Hetzilein. Du lässt nicht gerne Flüchtlinge rein. Zur Not schießt es denen ins Bein. Dein Volk soll halt Völkisch sein. Apropos, was sagt eigentlich das völkische Volk selber dazu? Ähm, und... Ah ja. Untertitelung des ZDF, 2015